Hallo, Formelsammlungsvideo zum Thema Zinses Zins mit Abtrag. Worum geht's? Ihr habt zum Beispiel 100 Euro Schulden, bezahlt darauf einen Zinssatz von zum Beispiel 10% und einen Abtrag von zum Beispiel 20 Euro, damit die Schulden irgendwann auf 0 gehen. Jetzt wollt ihr wissen, wie viele Schulden habt ihr noch nach 5 Jahren? Dann könnt ihr diese Formel hier benutzen und setzt für das T die 5 ein. Und für die Schulden 0 setzt ihr die Startschulden ein, 100 Euro. Übrigens, diese drei Formeln hier sind alle dieselben, sie benutzen nur andere Wörter. Benutzt einfach die Formel, die für euch am besten passt. Wenn ihr wissen wollt, wann ihr schuldenfrei seid, das war schwierig zu sprechen, dann benutzt ihr einfach diese Formel hier. Das T gibt euch die Anzahl der Jahre aus. Oder um noch präziser zu sein, das gibt euch die Zeiteinheit aus. Also ich gehe jetzt davon aus, dass ihr eure Schulden jährlich tilgt und dass ihr pro Jahr Zinsen bezahlt. Wenn ihr aber zum Beispiel pro Minute Zinsen bezahlen würdet und pro Minute einen Abtrag bezahlen würdet, dann würden hier natürlich die Minuten rauskommen. Okay, das soll es soweit gewesen sein. Wenn es bis hierhin irgendwelche Fragen gibt, Anmerkungen in die Kommentare. Für alle, die jetzt wissen wollen, wie ich darauf gekommen bin oder nicht, wie ich darauf gekommen bin, wie man auf sowas kommt, ohne dass man es in einem Buch oder im Internet liest, die können jetzt gerne noch weiter gucken. Man muss dafür wissen, die Stück-für-Stück-Berechnung oder die naive Berechnung für die Schulden ist hier auf der rechten Seite. Wir haben einen Staatsschuldenwert, zum Beispiel in dem Fall x, zum Beispiel 100 Euro. Und wenn wir jetzt die Schulden für das nächste Jahr berechnen wollen, zum Beispiel Schulden für das Jahr 1, ich mache es mal größer, dann sagen wir, okay, wir haben Schulden vom Vorjahr, rechnen da die Zinsen drauf, die wir bezahlen müssen und ziehen davon den Abtrag ab. Also die Tilgung ziehen wir ab. Und das ist der neue Schuldenwert. Und jetzt kann man die Zinsen ein bisschen anders schreiben, nämlich als Schulden vom Vorjahr mal den Zinssatz. So, wenn man das hat, dann ist man schon ganz gut dabei, jetzt wird es ein bisschen mathematisch, dann muss man feststellen, dass man das hier und das hier ein bisschen mathematischer schreiben kann, nämlich als FT. Also Schulden T können als F von T geschrieben werden. Und wir wissen jetzt, die Schulden 0 haben einen gewissen Startwert, also hat F 0, F mit T 0, hat auch einen gewissen Startwert. Ich habe es jetzt hier als A gemacht, weil A oft als Konstante benutzt wird. Und X eher als Variable. Und dann schreiben wir einfach, ich mache die Striche mal weg, jetzt schreibt man einfach diese Formel in diese F-Formel um und kommt man auf dieses Ding hier. Und jetzt müssen wir das noch ein Stück mathematischer schreiben und müssen jetzt den Zinssatz und den Abtrag rausnehmen und schreiben ihn als B und C da rein. Was man dann macht, dann kann man Wolfram Alpha öffnen und dann tut man diese Formel da rein, macht ein Komma hin, ein Komma, und dann tut man dieses Ding da rein. Also einmal diesen hier und einmal diesen hier. Und dann sagt einem Wolfram Alpha diese Formel hier. So geht das. Vielen Dank fürs Schauen.